Moin Leute, in meinem Video heute geht es um den Seehecht. Und dazu müsst ihr erstmal nach Fronberg reisen und dann hier links rum. Hier nach oben und zu dieser Ankerstelle. Aber ankert doch nicht mit dem Schiff, weil der vertreibt die meisten Fische. Das ist leider so, jedenfalls bei mir. Nur als kleiner Tipp nebenbei. Also dann zeige ich euch das mal. Also hier gibt es auch immer einen großen, aber der ist eben bei mir weggebackt, als ich ihn weggeschossen habe. Dann ist er verschwunden auf einmal. Also hier gibt es immer einen großen. Und hier unten gibt es auch noch Seehechte. Genau. Ja, das war es dann auch schon. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und viel Spaß noch.